Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes PCM-ECM-TCM-Innentemperatursensor B-Stromkreis Niedrig Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt für viele OBDI-Fahrzeuge ab 1996, dies kann Fahrzeuge von Mazda, Honda, Dodge, Ford, BMW, VW und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl genau, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren, die OBDI-Fehlercodes P06AB, P06AC, P06ET und P06AE sind der Schaltung des internen Temperatursensors B verschiedener Module zugeordnet, diese Schaltung enthält das Leistungssteuermodul PCM, das Motorsteuergerät ECM und oder das Getriebesteuergerät TCM, beziehen sie sich auf eine fahrzeugspezifische Reparaturanleitung, um festzustellen, welche Schaltung in ihrem speziellen Fall B ist, der Schaltkreis des internen PCM-ECM-TCM-Temperatursensors B dient zur Überwachung der Temperatur verschiedener Sensoren in den Steuermodulen, Fehlfunktionen werden durch Selbsttestfehler des Steuermoduls erkannt, bei einigen Automobilen sind die drei Module in einer konsolidierten Einheit integriert, die normalerweise als PCM bezeichnet wird, wenn das PCM, ECM oder TCM ein elektrisches Signal erkennt, das niedriger als erwartet, außerhalb des normalen Betriebsbereichs, im Schaltkreis des internen Temperatursensors B ist, wird der Code P06ET gesetzt und die Motorprüflampe oder die Getriebewahnlampe leuchten beleuchtet, ein Beispiel für ein TCM-Übertragungssteuerungsmodul, was ist der schwere Grad dieses DTC, der schwere Grad dieses Codes kann sehr unterschiedlich sein, von nur einer beleuchteten Kontrollleuchte des Motors oder einer Getriebewahnlampe an einem Fahrzeug, das startet und zu einem Auto fährt, das zum Stillstand kommt oder überhaupt nicht startet, der Code kann je nach Art des Problems schwerwiegend sein, was sind einige der Symptome des Codes, zu den Symptomen eines P06AD-Fehlercodes können gehören, Motor startet nicht, Motor kann abwürgen, unsachgemäßes Schalten, Getriebewahnleuchte leuchtet, überprüfen Sie, ob die Motorleuchte leuchtet, was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes, Ursachen für diesen P06AD-Code können sein, korrodierter oder beschädigter Stecker, lose oder defekte Masse des Steuermoduls fehlerhafte oder beschädigte Verkabelung PCM, ECM oder TCM defekt, was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P06AD, der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin, die Technical Service Buildtanks, TSBs, für das jeweilige Fahrzeug nach Jahr, Modell und Kraftwerk zu recherchieren, unter bestimmten Umständen kann dies auf lange Sicht viel Zeit sparen, indem Sie in die richtige Richtung weisen, der zweite Schritt besteht darin, alle Steuermodule in diesem Schaltkreis zu lokalisieren und eine gründliche Sichtprüfung durchzuführen, um die zugehörige Verkabelung auf offensichtliche Mängel wie Schaben, Reiben, blanke Drähte oder Brandflecken zu überprüfen, dieser Prozess muss auch Erdungsbänder und Erdungskabel umfassen, als nächstes überprüfen Sie die Anschlüsse auf Sicherheit, Korrosion und beschädigte Stifte, dieser Prozess muss das PCM, das ECM und das TCM basierend auf dem spezifischen Fahrzeug und der Konfiguration des Steuermoduls umfassen, die spezifischen technischen Daten für das Automobil unterstützen Sie bei der Positionierung der Komponenten und der Konfiguration des Steuermoduls, erweiterte Schritte die fortgeschrittenen Schritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung, um genau zu funktionieren, diese Verfahren erfordern ein digitales Multimeter und die spezifischen technischen Referenzen für das Fahrzeug, zu den spezifischen technischen Daten gehören Diagramme zur Fehlerbehebung und die entsprechende Reihenfolge, die Sie bei einer genauen Diagnose unterstützt, Spannungsprüfungen zur Bestimmung der für die verschiedenen Steuermodule erforderlichen Spannungsbereiche müssen bestimmte Richtlinien zur Fehlerbehebung herangezogen werden, diese Referenzen enthalten die PIN-Nummern und die Spannungsanforderungen, die mit dem internen Temperatursensor-Kreis PCM-ECM-TCM verbunden sind, die meisten, aber nicht alle Steuermodule benötigen eine Referenzspannung von ca. 9 Volt, die Spannungsanforderungen variieren je nach Jahr und Modell des Fahrzeugs, wenn bei diesem Prozess das Fehlen einer Stromquelle oder Erdung festgestellt wird, ist möglicherweise eine Durchgangsprüfung erforderlich, um die Integrität der Verkabelung, der Steckverbinder und anderer Komponenten zu überprüfen, Durchgangsprüfungen sollten immer mit Strom aus dem Stromkreis durchgeführt werden, und die normalen Messwerte für Verkabelung und Verbindungen sollten 0 Ohm Widerstand betragen. Widerstand oder kein Durchgang ist ein Hinweis auf eine fehlerhafte Verkabelung, die offen oder kurz geschlossen ist und repariert oder ersetzt werden muss sie in Durchgangstest von den verschiedenen Steuermodulen zum Rahmen bestätigt die Wartungsfreundlichkeit der Erdungsbänder und Erdungskabel, das vorhanden sein von Widerstand ist ein Hinweis auf eine lose Verbindung oder mögliche Korrosion. Was sind einige häufige Reparaturen für diesen Code? Korrosion von Steckverbindern reinigen reparieren oder ersetzen fehlerhafter Verkabelung reparieren oder ersetzen fehlerhafter Erdungsbänder flaschen oder ersetzen des PCM, ECM oder TCM Eine Fehldiagnose kann dazu führen, dass das Ersetzen des PCM, ECM oder TCM häufig fehlerhaft erfolgt, wenn fehlerhafte Verkabelung und lose Verbindungen diesen Code verursachen. Bei Fahrzeugen mit zwei oder mehr Steuermodulen kann das falsche Modul fälschlicherweise ersetzt werden. Hoffentlich waren die Informationen in diesem Artikel hilfreich, um sie in die richtige Richtung zu weisen, um das Problem mit ihrem PCM, ECM, TCM Fehlercode für internen Temperatursensor Stromkreis zu beheben. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die spezifischen technischen Daten und Service Bildtanks für ihr Fahrzeug sollten immer Vorrang haben. Untertitelung des ZDF, 2020